Hey yo, here we go, reiß die Hände hoch, immer, immer wieder hoch. Hey yo, here we go, hey yo, here we go, reiß die Hände hoch, immer, immer wieder hoch. Wir sind die Legenden dieser Nacht, haben die letzten Tage durchgemacht. Wunderschönen guten Morgen meine lieben Partyfreunde. Was soll ich sagen, eine wunderschöne Woche geht zu Ende, aber hier verliert man total das Zeitgefühl. Ich habe immer gar kein Dunst, welcher Tag ist, weil jeder Tag geil ist. Ich glaube aber, heute ist Sonntag, ist das richtig? Cool, dann gucken wir mal, was heute abgeht. Kommt das Wort zum Sonntag. Na? Das wäre. Kommt alle in den Megapark, Punkt. Alle. Um 17 Uhr ist sie wieder da, unsere Miss EO Mallorca, Annie. E-o, E-o, E-e-o Mallorca, uo, heute nicht verpassen, Annie, da werdet ihr wieder Annie-fiziert. Wenn ich dann um 17 Uhr fertig bin, dann fahre ich noch so ein bisschen mit euch mit. Das mache ich nämlich gerne, weil ihr könnt echt gut fahren, unterhalte mich doch gerne mit euch. Und dann? Und dann geht's weiter. Ich mit Joey Gabalögl. Ich singe Lia für dich und dann fragst du mich, magst du mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf dich. Ich singe Lia für dich. Da ist mein Wagen. San Miguel. Und um 22 Uhr, Ladies, wird's wieder so richtig heiß mit den Sixpacks. Und unserem Schneckchen Mark Terenzi. Oh, heute wird nochmal gedappt. Es ist nochmal Zeit für Deppen, denn heute ist er wieder da. Wo war er die ganze Zeit? Lorenz Büffel ist heute wieder da. Depp, depp, depp. Johnny, depp, depp. Johnny, Johnny, depp, depp, depp. Da geht's ab, Flo. Also, wisst ihr Bescheid, alle runter. Ich muss da nicht viel zu sagen, oder? Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich wein schon wieder vor Freude. Heute wird wieder so ein richtig cooler Tag, Leute. Annie, komm, lass uns reingehen. Auf geht's. Es wird verdammt geil. Ich freue mich auf euch. Also, i feel mega.